Ich mich prügeln. Kennt ihr bei oben? Irgendwo da oben ist so eine Range, wo es so eine Pferde-Dings gibt. Da ist so ein Kreis, also wo die Pferde immer herumgeführt werden und da gibt es auch so ein Deathmatch, wo man sich die ganze Zeit verprügelt. Es ging irgendwie eine Stunde lang. Ja, ich weiß ja, dass er beim Roleplay auf dem PC auch öfter mal solche Boxcamp-Dings machen, wo sich dann alle treffen und so ein Kreis bilden, dann müssen dann zwei sich immer drin boxen. Ja, wie bei, wie er hier diese ganzen Kartell oder so, die machen das ja auch mal gerne. Regel Nummer 1 ist Fight Club. Man spricht nicht über den Fight Club. Warum habe ich... Ich war gar nicht nach... Also... Ich hab dich mit dem Benzin, dann ist doch... Ja... Baba... Ich hab ein Scheiß-Kalister-Lat. Ist doch... Aua! 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 Wir sind zum Ritt. Ich hab Markus, glaube ich... Ich hab Markus, glaube ich... Ich hab Markus runtergeschubst, Enrico ist vor mir runtergefallen und ich bin hinterher. Mann, 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 Mann! Und... Aua! ja ich weiß ich bin weggerutscht ich wollte ich war gerade voll auf die fritzung und das dauert ein bisschen sporn kann es zwar der ersten mal unten aufschlagen muss ich weiß ich schlag daneben der fälle geht dann den schritt rüber und ich fällt darunter halten jahren sie sich das ist doch so weiter unten der ist nur dafür da dass du halt dann nichts anderes an waffen hast der ist nur als als also ich meine als als platzhalter weil du musst ja eine feste waffe aussehen du kannst ja nicht keine auswählen beim beim baumenü du bist bei mir gerade kurz runtergefallen da warst du da oben aua alter was hast du in der hand hast du einen schlagkrieg aber hier schlagen sich zwei männer hast du dich kommen als mann bezeichnet kevin entschuldige bitte auch du bist die größe für sie hier es gibt ja gleich plötzlich kommt ja ich bin gerade so lauter ist schon komisch wenn uns wenn so ein bittschweig geht das mal nicht mehr diesen mechter die schritt die meldet sich gerade auf die frau aber ich glaube ich habe ich glaube ich habe bei dir war noch einer der auf seite rückwärts der war quasi noch von mir der schlag nee das war mal okay ja das war meine dann mal ein thema hier ist nervig die erste container da hast du gehen mit abfall wenn du so draußen beim ausweichen fällt meiner selber runter zum teil ist aber den kill habe ich nicht gekriegt ich weiß ich bin ja auch selber das dauert immer so ewig nicht bist du respond kannst du erst mal unten aufschlagen muss und fast aufs auto das wäre jetzt cool gewesen wenn ich so zum fahren das auto und drauf geklatscht das wäre doch geiler geworden das wäre nur ein runterfall und prügeln ach was wie wie ja ja hauer was gefecht man ich habe den zugekopf wieder runter gefangen aber ich habe mir du bist tot ich bin nicht dass du mich gekillt hast bestimmt wirklich mehrfach verprügelt habe aber wurde mich an ja scheiße hat ja immer mehr im sorg gefehlt man kommt voll viel rp hier scheiße was war und das mit der freie weiter eingehastet und runter wenn ich da unten auf knallige da krieg rückenschmerzen du hast du danach nicht mehr die probleme was das sieht sich so ich spüre es einfach tschüss 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 schubst mich die position ich fliege daher vor allem das nicht wirklich du hast mich geschubt und ich fall runter schon wieder runter gefallen auch mal hier schubsen und so heißt das video wahrscheinlich dass ich wieder eine erklärung steht immer dasselbe können nur das einsatz zu acht für dich noch mal spielen dürfen jetzt in der ganzen zeit habe ich mit der text dazu und nicht irgendwie nur welche sind freien links da rein zu knallen wo ich kein landmöglichst und steht irgendwelche links ich habe ich auch nicht bemeint ich habe aber schon leute dabei die die du uns irgendwelche kacklings da rein schmeißen oder nicht mal eine video vorbeschreibung ist noch nicht mehr weiß worum es geht aber ich schreibe immer wie die beschreibung ja eben und ich schreibe einen roman die video beschreibung wenn ich mit die durchlese ich nicht mehr eigentlich immer bild die beschreibung durch egal wenn ich versuche in letzter zeit doch öfter mal eure kanäle mit zu verlinken meine sind ja in seiner meine sind also eure sind unter meinen videos verlinkt ja nee aber ich meine du kannst doch du kannst du die auf youtube hoch jetzt kannst du auch zum schluss und endbildschirm einfügen wo du zum beispiel eigenes im skype button rein hause sondern manchmal genau genau da mache ich eure mit rein eure kanäle manchmal ich bin an der kante nein ach man jetzt da kommt ich stehe an der kante slam kommt ich hab ab machen wir jetzt gerade nicht übernehmen aber kevin bockhorn eh noch zu viel ich habe euch alle drei ich habe euch alle drei geholt ja das ist mal immer dass du mal was schafft heute ja immerhin das will keiner wissen dass du uns alle drei runter geholt hast du dich doch wieder bei diesem scheiß bau container ich sage es hat der container der behinderte wie kann man das ding dorthin basteln ja weißt du jetzt zu zweit auf ein das geht nicht einer drei was gerade gesagt ich habe euch drei gemacht den runter geholt ja ja aber danach sitzt du zu zweit auf mich ich war ja schon total angestellt ich glaube jetzt meine sind gefallen noch so kann man seine stärke mal trainieren in dem film nein ich bin auch noch weg und ich komme gleich wieder jungs das war gerade so geil ich laufe an den riefen vorbei auf einmal auf einmal fällt ja vor mir total bescheuert runter geil mindestens doppelt so viele kills gestolpert das war geil also bis jetzt haben alle alle von den dingen und der spaß gemacht ich hätte ja also irgendwie dass du jetzt morgen ersten woche vor aus der zweite hätte mich im gespitzung abgelöst bin jetzt auf die frisse geben gewonnen aber ich hätte auch nicht gedacht war aber auch knapp 87 oder so was am ende glaube ich und zum zweiten wichtigste ist wir haben alle gelacht und es hat spaß habe ich war der zweite nur so als tipp so jetzt haben wir überlebenskampf das wollte ja kiff die ganze zeit oh ja was ist ein überlebenskampf so ja